Heute zeige ich dir, warum Angstbewältigung nicht nur aus Entspannungsübungen und stumpfer Konfrontation besteht, warum Entspannungsübungen nichts bringen und warum du jeden Aspekt deines Lebens unter die Lupe nehmen solltest, um deine Angst erfolgreich bewältigen zu können. Los geht's! Ich heiße dich herzlich willkommen, ich bin André und wenn du deine Angst nachhaltig überwinden willst, dann bist du hier genau richtig. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann starte jetzt am besten, indem du den Kanal abonnierst und die Glocke drückst, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Ich kriege häufig die Frage gestellt, was sind die besten Methoden zur Angstbewältigung und wie kann ich meine Angst nachhaltig überwinden? Es gibt zwar Methoden, die besonders großen Einfluss auf die Angstbewältigung haben, aber ein reales Angstproblem entsteht meist aus vielen einzelnen Problemen, die sich häufen. Ob sich etwas positiv oder negativ auf deine Angst auswirkt, hängt von einer ganz einfachen Regel ab und diese Regel werde ich dir gleich zeigen. Und natürlich werde ich dir auch noch ein paar handfeste Beispiele mitgeben, um dir das Ausmaß zu zeigen, was alles in die Kategorie Angstbewältigung fallen kann. Ich habe es ja bereits am Anfang erwähnt, jeder Faktor in deinem Leben, egal wie klein, kann etwas mit dem Thema Angstbewältigung zu tun haben. Denn Angstbewältigung hängt von einer ganz einfachen und goldenen Regel ab. Wenn etwas Stress in dir auslöst, dann verstärkt es deine Angst. Wenn du dafür sorgst, dass du dich von einem bestimmten Faktor nicht mehr stressen lässt, dann ist es erfolgreiche Angstbewältigung. Stresshormone führen immer zu Angst und je mehr Stresshormone es gibt, desto stärker wird auch deine Angst. Und der größte Irrglaube, den ich auch schon in vielen anderen Videos angesprochen habe, ist der, dass Stress immer nur auf mentaler Ebene entsteht. Sprich, dass immer nur der Kopf für Stress und Angst verantwortlich ist. Natürlich spielt der Kopf oft eine große Rolle, wenn es um das Stressempfinden und das Thema Angst geht. Aber der Kopf ist nun mal nicht immer der Übeltäter. Und deshalb gibt es auch viel mehr Faktoren in der Angstbewältigung, als du dir jetzt vielleicht noch vorstellen kannst. Und dazu möchte ich dir ein paar Beispiele geben. Und ich will dir auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern ich möchte dir einfach mal einen kleinen Einblick zeigen, was alles Einfluss auf deine Angst haben kann. Da hätten wir solche Themen wie Schlaf. Schläfst du zu wenig oder schläfst du schlecht? Dann kann dein Nervensystem nicht richtig regenerieren. Und das hat unmittelbar Einfluss auf deine Stresshormone und dein Stresslevel und auf die Sensibilisierung deines Nervensystems. Dein Job. Erfüllt dich dein Job oder setzt du dich durch deinen Job den Großteil der Zeit neuem Stress aus? Deine Ernährung. Führt deine Ernährung dazu, dass es in deinem Körper zu einer höheren Ausschüttung an Stresshormonen kommt? Oder sorgt deine Ernährung dafür, dass Stresshormone abgebaut werden oder dass es nicht zu neuem Stress kommt? Bewegung. Wenn du dich zu wenig bewegst, kannst du nicht genug Stresshormone abbauen. Wenn du dich jedoch ausreichend bewegst, dann baust du erfolgreich Stresshormone ab, was dann gleichzeitig auch Angstbewältigung bedeutet, weil wie gesagt Angst immer von Stresshormonen abhängig ist. Toxische Beziehungen. Umgibst du dich mit Menschen, die negativ sind und vielleicht ihre Negativität und ihr Stress auf dich abfärbt? Du bist immer das Produkt der Menschen, mit denen du dich umgibst. Nachrichten. Nachrichten sind Stress pur und wenn du dich direkt morgens dieser Negativität aussetzt, ist es nur ganz logisch, wenn du schon morgens gestresst bist und das Ganze in einer Abwärtsspirale endet. Ein weiterer großer Irrglaube ist, dass Entspannungsübungen in die Kategorie Stressbewältigung und Angstbewältigung fallen. Aber du musst das Ganze so sehen. Entspannungsübungen sind nur Symptombehandlung, weil du schaffst das eigentliche Problem nicht aus der Welt, welches diese Symptome hervorruft. Solange du die Faktoren nicht aus der Welt schaffst oder du die Beziehung zu diesen Faktoren nicht änderst, wirst du mit diesen Entspannungsübungen immer nur zwischen zwei Zuständen wechseln, nämlich zwischen gestresst und weniger gestresst oder ängstlich und weniger ängstlich. Nachhaltige Angstbewältigung ist das aber nicht und außerdem machst du dich so dauerhaft von diesen Entspannungsübungen abhängig. Ich bringe mal ein kleines Beispiel. Wenn du in einem Boot sitzt und das Boot ein Loch hat und Wasser hineinströmt, dann kannst du entweder dauerhaft das Wasser rausschöpfen, während es hineinläuft und immer weiter hineinläuft oder du kannst das Loch stopfen. Und Entspannungsübungen sind leider nur vergleichbar mit dem dauerhaften Herausschöpfen des Wassers, weil diese Entspannungsübungen das Problem nicht lösen, also das Loch nicht stopfen und somit bist du dauerhaft darauf angewiesen, das Wasser hinauszuschöpfen. Und deshalb ist es so wichtig zu reflektieren. Wenn du davon ausgehst, dass nur wenige Faktoren für deine Angst zuständig sind, dann können logischerweise die Faktoren, die du nicht auf dem Schirm hast, weiterhin im Hintergrund agieren und somit deine Lebensqualität einschränken. Und an dieser Stelle mal ein wichtiger Tipp. Oft wissen wir gar nicht, was Stress uns auslöst und können diese Faktoren deshalb auch gar nicht so richtig identifizieren. Deshalb kann ich dir raten, komm weg von den Wörtern Stress und Angst, sondern schau einfach, was in deinem Leben negativ ist und was einen negativen Einfluss auf dich hat. Denn wo Negativität ist, ist meistens der Stress auch nicht weit. Nur lassen sich diese Faktoren, die negativ sind, viel leichter identifizieren, als die Faktoren, die Stress auslösen. Und hast du diese negativen Faktoren erst einmal identifiziert, hast du zwei Optionen. Entweder du änderst die Situation oder du änderst die Beziehung zu dieser Situation bzw. zu den Faktoren. Und dazu werde ich dir am Ende dieses Videos auch nochmal zwei andere Videos verlinken. Worauf du unbedingt aufpassen solltest ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen mentalen und körperlichen Faktoren bzw. mentalen und körperlichen Stressoren. Die körperlichen Stressoren lassen sich nicht einfach durch ein anderes Mindset aus der Welt schaffen. Da muss knallharte Veränderungen passieren. Und die mentalen Stressoren, die kannst du mit etwas Übung und durch ein anderes Mindset aus der Welt schaffen. Und falls du nicht weißt, wovon ich rede und was der Unterschied zwischen körperlichen und mentalen Stressoren ist, kann ich dir einfach nur raten, dir einfach mal mein kostenloses Webinar anzuschauen. Da gehe ich genauer auf diese körperlichen und mentalen Stressoren ein. Und dieses Webinar werde ich dir einfach mal unter dem Video verlinken. Wenn du noch mehr hilfreiche Informationen brauchst, die ich auf deinem Weg der Angstbewältigung weiterbringen werden, dann klicke jetzt hier auf das runde Symbol, um den Kanal zu abonnieren und kein Video mehr zu verpassen. Und schau dir auch hier auf jeden Fall die zwei anderen Videos an, denn ich bin mir sicher, dass diese Videos sich auch auf deinem Weg weiterbringen werden. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.